Moin, ich bin Thorsten Albig. Genau, der mit der Glatze von der SPD. Erster Job? Kistenschleppen im Getränkemarkt. Studium, Finanzministerium, Große Bank. Oberbürgermeister. Seit 2012 Ihr Ministerpräsident. Erfolge? Unser Land ist top im Bildungsvergleich, beim Breitbandausbau und der Integration. Hobbys? Koche gerne. Und Fußball, natürlich. Mein Ziel? Ein gerechtes Land, in dem die Menschen groß sind. Dafür brauche ich Ihre Stimme. Ihr Thorsten Albig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017